halli hallo hallöle und herzlich willkommen zu exo-sockte sims vor wir hatten zwar gestern den ersten januar aber heute komme ich erst wirklich dazu euch allen ein nochmals gutes neues jahr zu wünschen vor allen dingen mit gesundheit ich hatte mein letztes jahr ich weiß nicht ob man es aber meine stimme noch ein bisschen hört es kann auch sein dass ich heute einige male wusste ja ich habe mein letztes jahr mit einer erkältung ernst fiesen ja sozusagen beendet direkt so über die weihnachtszeit hat mich erwischt natürlich waren auch immer über der feiertage es war die hölle grippala effekt mit wie nennt sich das dann bakterieller entzündung und so weiter halt sah böse aus aber ich konnte gar nicht mehr sprechen und das fällt mir gerade jetzt noch sehr schwer ja 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 gut weihnacht ist vorbei wie gesagt und ich möchte gerne hier die ganze weihnachts devotionalien entfernen exos drückt sich immer so geschwollen aus klingt immer so toll ja kann sein das heißt ich mache die ganze dekoration hier von weihnachten weg ich sollte diese folge nicht nicht viel quatschen in ein letzt pläne viel quatsch na geile leistungen es kann auch nur wieder mir passieren was habe ich mir heute dabei gedacht ist aufzunehmen stimmt sonst habt ihr heute keine folge ich nehme direkt heute live auf ich nehme direkt heute live auf ich weiß gar nicht was ich hier drücke ich fühle mich gerade so richtig mies das geht gar nicht also nach der aufnahme weg gleich wieder ins bett stiegen noch mal ein bisschen ausruhen so das haben wir alles das war auch ja alles weihnachts devotional war ja 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 nachdem aber auch weg da kommen dann drachen drauf oder so drachen gehen immer die überraschungsstange lassen weiter legen ja so schön langsam der aufbau war so schnell ist der abbau feiertage sind vorüber alles und glücklich ganze konfetti hier noch da sieht man erst wie viele teile wie ja eigentlich platziert hatten wir die lasse ich einfach hier sind ja meine mann die kommen hierhin einfach so quer verstreut ich kann ja nicht mal richtig zocken heute oder wird ich habe keine richtige stimme muss ich bestimmt voll komisch anhören höhe exos du hörst dich so komisch an wie kommt denn das ja ja in folge 800 sowieso hat exos keine stimme gab was so der hatte keine stimme gehabt wieso das naja er hat eine fieser kette wie dass ich das geht gar nicht warte mal das machen wir uns ein bisschen einfacher das kommt einmal ins inventar rein so das müssen wir mal gucken wo haben wir den richtigen tisch hier ist er das fällt mir auch unheimlich schwer mich gerade zu konzentrieren also wenn ihr mal wirklich eine herausforderung wollte so nach dem motto ist in die spiele zu einfach dann spielt mal mit einer erkältung ist das geil holz verarbeitung und fertig die kann eindeutig weg jetzt haben wir dann hier noch hier ist unser tisch er kommt da eindeutig hin dann haben wir ja unser königliches dingens gedeck da kommt wieder darauf das kann dann weg was haben wir denn da noch das ist alles dieses pflanzenszeug dass die rakete ist die rosa ist unser kamin der kommt natürlich wieder hin eine nase es geht gar nicht mein kopf das geht auch gar nicht das geht überhaupt alles gar nicht gerade also das für ein ding meisterkoch keine ahnung weg damit machen wir ja noch eine kaffeemaschine und die kaffeemaschine behalten wir die gerade da draußen steht die schicker soo jetzt geht es noch weiter mit der weihnachtsdevotionalen acht und grüne neune also wenn ich nächstes mal so schmücke dann sagt mir mal bitte dass ich nicht so viel schmücken soll weil sonst macht es ja so viel arbeit wieder das abbauen okay haben wir auch ach Gott soo hoppala Juuu das haben wir auch in dieser Seite hier ah dann heik noch die Sterne dran hier dieses weihnachtsbild heik ohne da dran joa what was war das ach dann habe ich sogar noch zwei sachen immer da rein geklatscht es reicht ja nicht nur eine sternsorte hin so man ich muss ja noch mehr machen ich wollte es krachen lassen das war es gewesen es sah auch unheimlich geil aus muss man mal sagen es sah wirklich unheimlich geil aus okay bald haben wir es geschafft bald haben wir es geschafft ich bin unheimlich stolz auf mich dass ich diese folge da hin gekriegt habe in den Zustand oha gut ditte weg ditte weg ich hoffe dass es mir morgen besser geht ich hoffe dass es euch morgen auch gut geht ist jetzt haben wir die hoffnung die da mitschwingt das sieht schon gut aus das sieht schon sehr gut aus okay theoretischerweise haben wir es wir haben sich nur theoretischerweise es ist sogar es ist entweinifiziert oder seht ihr noch was hier draußen ist auch alles weihnachten weg keine tanne mehr kein dings mehr hier dieser beleuchtete baum den lassen wir noch es ist winter so mindestens hier so gehen wir mal in game mode jetzt machen wir die lichter hier wieder auf normaltemperatur das heißt farbe und intensität einstellen dieses zimmer neutral weißes licht ja aber ein bisschen dunkler schon ist sonst zu hell oh das ist aber ganz krass so ist besser ja 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 oh gott es sieht schon besser aus irgendjemand hatte doch hier noch schnitzereien drachenfiguren genau das ist das ja das drachen drachenfiguren kann man nie genug haben habe ich im live auch übrigens ja so knallbonbons sind auf dem boden die kann man dann halt bei gelegenheit öffnen lassen bin grad noch überlegen ob ich über irgendwas vergessen habe wie sieht es denn hier aus überhaupt mayer müller ist am training kitami lungert da rum ich selber mache bilder hey kann man mal machen hier war auch entweignifiziert da hatte ich ja nur diesen baum mit der beleuchtung reingemacht den lasse ich mal so ja im ganzen muss ich sagen ist doch ganz gut geworden es ist entweignifiziert worden die lichtstimmung habe ich wie gesagt jetzt wieder verändert wobei ich am überlegen bin diese beleuchtung gegen diese beleuchtung auszutauschen und wieso ist hier die da keine beleuchtung irgendwas ist da merkwürdig machen wir das mal kameramodus genau ja manchmal sind dinge so wie sie sind machen wir mal hier über das ding hier machen wir das hier mal weg so ist besser ok ich glaube so langsam habe ich noch nie gebaut eigentlich müsste der da drüber eigentlich müsste der da drüber genau in diesen kreuzungspunkt rein ok wobei ich brauche die gar nicht mehr wenn ich jetzt diese background musik hier habe die waren ja nur dafür da um diese totenstille sozusagen hier loszuwerden versteht ihr was ich meine naja ist das jetzt ja ok so das ist auf der vollen linie das ist auch auf der freunde wow das ist mal symmetrisch das ist direkterweise mal symmetrisch ich fall hier vom ast so haben wir mal die hier weg mehr hatte ich hier nicht gehabt wa hier sind keine gewesen da sind keine gewesen ja da haben wir die sozusagen mal entsorgt wa hm haben wir hier oben noch irgendwelche dinger gehabt nö wa ne auch wenn sie theoretischerweise da oben passen würden hm ich bin übrigens noch am überlegen könnt ihr ja meine kommentare schreiben was ihr davon haltet wenn ich dem labor die treppe weg nehme das ganze noch eine stufe runtersetze und kitami immer darunter teleportieren lasse das würde dann hier die treppe hier weg nehmen das würde dann wieder ein bisschen naja schicker aussehen könnt ihr ja mal schreiben dann hat sie halt keinen geheimen zugang so sondern sie teleportiert sich dann selbst dann immerhin naja gut ich wünsche euch alle einen schönen tag im gegensatz zu mir bleibt gesund macht keinen blödsinn und dann sehen wir uns wenn alles klappt morgen wieder also ciao ciao bye bye und shirio